Spieler? Nein, Scaf. Aber der Spieler, der... Das bin ich, 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 ich! Oh, sorry, sorry, sorry. Junge, er hat mir alles wieder weggeschossen. Hier lief's doch noch irgendwas. Vorsicht, hier Richtung X-Track. Ja, ja, ja! Hinten am Trafo, 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 Trafo. Trafo sitzt da mit gelber Armbinde. Granate? Keine mehr. Wo ist der Trafo? An der Wand hinten, beim Panzer links davon. Direkt beim X-Track. Ich brauche Hilfe, kommt mal her, bitte. Ich bin gleich tot. Er ist direkt um die Ecke. Direkt da vorne links um die Ecke. Einen hab ich von den zwei. Er hat mich fast. Pushy mal rechts. Pushy mal rechts. Links rum, links rum, links rum. Ich kann nicht, ich hab keine Beine. Ich muss mich verarzten. Ja, ich auch, ich hab keine Beine, nix. Ja, hielt euch, die sind beide tot, alles cool. Ich wär gern früher eingeschritten. Aber die Abloh hatte mir halt beide Arme und den Bauch weggeschossen komplett. Geh bloß aus dem Weg hier, bevor ich mich vergesse. Vergiss nicht. Ey. Hör auf, eben hier drinnen zu stehen. Geh rüber in deine Ecke, Mann, du Affe. Da. Customs? Ah, an der Ice Cream. Wir sind auf Customs. Äh, Dorms. Der Scuff da drüben nervt hier ein bisschen. wie stirbt er nicht mann die unten durchs loch oben drauf ist wer wer es oben drauf von euch keiner niemand oben am mgs wäre ja ich sehe ja ich habe gerade auf der sniper scuff hat auf mich geschossen scheiße spieler habe ich nicht gekriegt ist rüber gelaufen über die straße gerade oder da ist noch einer vorne bei denen ich bin links ich bin links das ist doch nicht du da am stein bist du am stein warte hier ist kein stein ich bin am ich nade mal wo habt ihr ihn gesehen ich weiß nicht ob ich ihn getroffen habe der ist direkt an der mauer im busch also bei den dings wo du rüber springen kannst meier auf der straße ich werde hier eingesteppt bei mir kommt hier glaube ich gerade was vor mir ist noch einer auf der straße die brüllen da alle rum kann mich nicht auf alles konzentrieren ich werde beschossen der dude ist auf jeden fall weiter richtung dorms gerannt zumindest ist auf habe ich glaub schon sah so aus auf dem stream ich habe gerade ein spieler getötet der ist hier an der straße gewesen die ganze zeit alter ok ich bin unten am großen stein beim lagerfeuer wo das boot fahren kann ok ok ich glaube der hat gerade fünf milliarden granaten geschmissen wie gesagt einer habe ich um auf baustelle gesehen ja habe ich glaube ich gerade die essen hören bei mir also vorsicht wegen winkel er ist oben auf dem auf dem links drach ja 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 ich gerade ich habe ihn jetzt hier an der mauer sehr gut sehr gut weißer heller helm sandfarben ja blaue klamotten helle ja genau war er er rennt da über die straße ich nicht nicht wie ich will er ist am hüttchen ja die waffe rausgucken sehen ist er drin ich glaube ja da hinten habe ich den schon getroffen so das ging doch mal schauen wir mal was uns die katze da vor die tür gelegt hat ja die zwei ok doch keinen den ich vielleicht übersehen habe oder so ganz zufällig der durch eine granate gestorben ist die hier in irgendeine richtung geschmissen ab schade aber zwei sollen auch erst mal reichen gute runde dann haben wir hier mit dem auto ab jetzt einmal quer durch die map oder über die map rennen um hier alles möge abzustreifen macht keinen sinn mehr ich hatte eigentlich gedacht wir ein bisschen gruppen action haben aber anscheinend jo nicht ich habe noch einen schossen ich habe noch ein spieler gelegt denn vor uns sind schüsse richtung tankstelle ein herz erfrischendes moin moin hallo Diablo moin schön der Starbeast ich muss noch was essen dann kann es losgehen ja alles gut mach dir keinen stress ich weiß noch nicht genau weswegen der hier rumgekrebelt hat er hat mich auf jeden fall ein bisschen zu spät gesehen aber wegen irgendwas hat er ja wohl hier gehockt an der bescheuerten stelle überhaupt weil hier ist sonst keiner oder diese bewegung höre ich hier keine keiner der jetzt wie wild geworden drauf los rennt um seinen buddy zu saven die Frage ist gehe ich an die Leiche ran oder nicht will schon gucken was der nette Dude da mitgebracht hatte hier vorne waren halt auch Schüsse vielleicht war er ja der Gewinner ja Jolo Joa ne das schmeckt schon was gibt es denn leckeres ja das ist natürlich die Frage was er bestimmt so ach scheiße 30er magazin er war doch da entweder sein buddy oder ach komm scheiße bits mit es Untertitelung des ZDF, 2020